Die Welt verbessern wollen Derjenige, der einer der Unsrigen ist, kommt müde daher vom Kampfe, trägt in Schlichtheit sein oft schäbiges und zerschlissenes Gewand, seine Schultern sind gebeugt von der Last des Dienens. Er berichtet von der Einsamkeit seines Weges. Aber dennoch ist dieser fröhlich und zuversichtlich, denn wer lebt aus der Liebe, der dient aus der Liebe, weiß um seine vorbestimmte Einsamkeit der Tapferen. Er wird nicht nach Stellung und Ehre fragen, sondern sich unter die Fahne des Lichtes einreihen und still mit uns unseres Weges ziehen. Dieser ist unser Bruder. Untertitelung des ZDF, 2020